Hallo und herzlich willkommen aus dem Haus der Jugend. Ich bin Anne und ich habe eine Herausforderung, die ich jetzt annehme, und zwar von Jemima und Laura. Die haben einen Steinturm aus diesen Steinen gebaut und der ist 36,5 Zentimeter hoch geworden. Ich habe jetzt die Aufgabe, einen höheren Turm aus diesen Steinen zu bauen, was glaube ich ganz so einfach ist, und ich habe dafür 30 Minuten Zeit. Und deswegen geht es auch gleich los. Ich muss gleich aufhören. 33 Zentimeter. Ich versuche jetzt nochmal einen draufzusetzen. Mal sehen, ob es klappt. 35 Zentimeter. Wo fällt noch ein? Nein! Ich habe leider nur 35 Zentimeter geschafft. Aber vielleicht habt ihr ja auch Lust mitzumachen und selber mal auszuprobieren, was mit wie hoch ihr eure Steinfiguren so bekommen könnt und braucht man einen Turm. Macht echt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!